So meine Lieben, ich bin zurück, mein Name ist Michael Nettburg und ich zeige dir mal heute eine Step-by-Step-Anleitung, wie du mit Litecoin anonym Amazon Gutscheine kaufen kannst, also Amazon Deutschland. Ich möchte mal meiner Schwester ein Geschenk machen, weil sie hatte Geburtstag in den letzten Tagen und ich dachte mir mal, hey, gibt es mal einige Möglichkeiten, wie man jetzt Amazon Gutscheine kaufen kann und ich werde dir das gleich in den nächsten Sekunden zeigen. Und ganz, ganz wichtig, wenn du bis zum Schluss dran bleibst, gibt es eine Verlosung, eine 10-Euro-Verlosung und ich würde mal vorschlagen, nach diesem Intro-Video geht es weiter. So, jetzt sind wir zurück, meine Lieben und hier sind wir auf der Homepage von Bitco. Und das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, Gutscheine zu kaufen, Handy gut haben, aufladen oder auch Gaming, wenn du zum Beispiel einen Zocker willst, Xbox, Playstation und Co. Und ich zeige dir mal, wie wir heute mal einen Amazon Gutschein mit Litecoin einkaufen. Also das heißt, wir sind hier auf der linken Seite, wähle ein Land und wir wählen jetzt erst einmal Deutschland aus. Sprich, wir klicken hier einmal auf Deutschland. Somit werden wir dann hier weitergeleitet und es gibt hier viele verschiedene Anbieter, wie jetzt zum Beispiel About You, Amazon.de, Dacen, Deezer und so weiter. Also es gibt extrem viele, wenn ich ehrlich sein soll. Und wir gehen jetzt hier einmal auf Amazon.de, weil wir wollen ja einen Amazon Gutschein kaufen mit Litecoin. Wir klicken einmal drauf und dann werden wir sofort weitergeleitet. Und ganz, ganz wichtig, bevor wir dann einen Gutschein auswählen, also wer diesen Gutschein ist, müssen wir erstmal die AGBs akzeptieren. Wir klicken mal drauf und somit werden wir auch gleich weitergeleitet. So, auf der unteren Seite sehen wir dann hier einmal Gutscheinwert und wir klicken hier einmal drauf. Es gibt die Möglichkeit, 25, 50 und 100 Euro Gutscheine einzukaufen. Jetzt möchte ich an dieser Stelle sagen, dass wir bei Bitco bis zu 200 Euro ohne KYC, also wir müssen uns nicht irgendwie verifizieren oder sonstiges. Also das heißt, wir können hier anonym Gutscheine oder Geschenkgutscheine kaufen, für dich selbst oder wie auch immer. Und das Gute dabei ist, wenn du zum Beispiel jetzt im Kryptobereich bist und sagst, hey, es gibt ja immer und immer wieder Menschen, die sagen, hey, ich möchte mein Einkommen nicht versteuern oder sonstiges. Ich möchte jetzt niemanden dazu auffordern, das zu tun, weil es ist ganz, ganz wichtig, du sollst immer deinen Steuerberater fragen. Aber wer dann anonym bleiben möchte, der kann das hier bis zu 200 Euro machen. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier einmal auf Geschenkgutschein und 50 Euro. Wir klicken mal drauf und somit haben wir die Möglichkeit, hier einen Coin auszuwählen. Wir wählen jetzt hier einmal Litecoin. Also du kannst jetzt hier zum Beispiel mit Bitcoin, Binance Coin, Bitcoin Cash, Dash, Digibyte, Dogecoin und so weiter bezahlen. Aber wir machen das jetzt mal mit Litecoin, weil meiner Meinung nach, Litecoin ist extrem schnell, was der Transaktionsgeschwindigkeit angeht. Wir klicken einmal drauf und somit steht auch hier der exakte Zahlbetrag. Also das heißt, wir müssen 0,81497554 Litecoins an dieser Adresse bezahlen und das machen wir jetzt auch gleich mal. Also ich switche jetzt gleich mal um auf meinen Exodus Account und dann zeige ich dir, was Sache ist. Perfekt, also wir sind jetzt hier auf meinen Exodus Account und wie du hier sehen kannst, du siehst hier meine Litecoins etc. Und wir klicken hier einmal auf Send. So, jetzt müssen wir diese Litecoin Adresse eingeben, die bei Bitcoin stand. Und jetzt gehen wir nochmal zurück, weil wir müssen jetzt den exakten Betrag kopieren. So und dann sehen wir hier, der exakte Zahlbetrag ist dieser hier. Also wir kopieren das hier einmal und gehen noch einmal erneut auf Exodus. Und somit geben wir dann diesen Betrag an 0,81497554, das ist insgesamt 59 US-Dollar und 95 praktisch, also in US-Dollar, das sind 50 Euro. Wir klicken hier einmal auf Send praktisch und wir klicken nochmal auf Send. Okay, perfekt, wie du hier sehen kannst, Success, schon zeigt schon Successfully Send. Also wir haben jetzt die Litecoins zugesendet und wir werden dann in den nächsten Sekunden eine Benachrichtigung erhalten seitens BitQ, dass wir das Ganze bezahlt haben. Und wir werden dann unser Gutschein via E-Mail, also unser Gutscheincode via E-Mail zugesendet bekommen. So, perfekt, wir sind jetzt hier in meinem Gmail Account und wie du hier oben sehen kannst, dass Coin Payments, dass sie die Litecoins erhalten haben. Und außerdem sehen wir dann hier die Bestellung von BitQ, dass sie durchgegangen ist. Also das heißt, ich habe meinen Code schon jetzt erhalten und ich kann diesen Code jetzt auch gleich an meiner Schwester weiterschicken. Und das ging relativ schnell, also das heißt, binnen 5 Minuten, also 5 bis 7 Minuten, braucht er eine Litecoin-Transaktion meistens, also über Drittparteien. Deswegen, es hat alles reibungslos funktioniert. Der Code ist da und ich kann jetzt, oder meine Schwester kann jetzt auf Amazon Deutschland shoppen gehen. Okay, das war es für diesen Video. Vielen lieben Dank, dass du zugeschaut hast, beziehungsweise jetzt habe ich dir zeigen können, wie du mittels Litecoin, beziehungsweise mittels Litecoin ein Amazon Gutschein kaufen kannst. Und jetzt kommen wir auch schon zum Gewinnspiel und zwar, ich möchte dir jetzt mal kurz zeigen, du hast jetzt hier die Möglichkeit, einen 10 Euro Gutschein deiner Wahl zu gewinnen. Also das heißt, was ist zu tun, um diesen 10 Euro Gutschein gewinnen zu können? Und zwar Nummer 1, like diesen Stream oder like dieses Video. Nummer 2, kommentiere mit, ja, ich möchte einen 10 Euro Gutschein gewinnen. Und ganz, ganz wichtig, du solltest natürlich hier auch reinschreiben im Kommentarfeld, ich möchte zum Beispiel einen 10 Euro Google Play Gutschein gewinnen oder einen 10 Euro iTunes.de Gutschein gewinnen. Also ganz, ganz wichtig, schreib dann da deine, ja, deinen gewünschten Namen ein, beziehungsweise dein Geschäft, dein Lieblingsgeschäft, zum Beispiel Spotify oder Netflix oder wie auch immer. Schreib es einfach rein und im nächsten Stream werde ich dann den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt geben. Ganz, ganz wichtig, du solltest dieses Video dann liken, dann kommentieren, meinen Kanal abonnieren und dieses Video teilen. Ganz, ganz wichtig, wenn du dieses Video teilst, dann sehen es auch viele, viele weitere Menschen da draußen. An dieser Stelle war es von meiner Seite aus, ich hoffe, du hast keine weiteren Fragen. Ganz, ganz wichtig, unter diesem Video kannst du dich dann, findest du den Link, da kannst du dich registrieren auf BitGo und es dann auch testen. Also mit 10 Euro, mit 20 Euro, mit 25 Euro, mit 50 oder 100 Euro. Es gibt viele verschiedene Geschäfte da draußen, die du dann eben austesten kannst. An dieser Stelle war es das von meiner Seite aus, besuch meinen Blog www.emmanuelle-mechiona.de und wir sehen uns im nächsten Stream, im nächsten Video. Bis bald, da habe ich schon in der Network. Ciao, ciao. Bis bald, da habe ich schon.